So, ich versuch schon mal zu So, ich versuch schon mal zu joinen über Steam. Oh, das sieht verdammt aus. Äh, wer hat die Hose gemacht jetzt? Moi. Ach so, Serdino. Lagersee. Das ist laut. Als wenn ich das an der Stimme erkennen würde, zwischendurch. Ja, ich weiß nicht. Habe ich schon mal den Namen gesagt. Was liegt denn hier für ein Buch? Ich bin bei dir drin, ne? Kann das sein? Boah, der Ton ist aber übelst laut. Hi. Ja, ne. Ich habe eine Zeile gefunden. Da steht, hey John, mind looking for that box of tape recorders while you setting those stupid ghosts up. Eigentlich soll das Spiel Deutsch sein. Ist bei dir Deutsch? Wieso? Ne, man kann es aber einstellen auf Deutsch. Also es stand da, dass das Spiel auf Deutsch ist. Ich habe keine Einstellung für Deutsch gefunden. Ich habe eine Grafik-Gameplay. Aber es kann sein, dass die, es kann sein, dass die Demo auf Englisch ist plus und das Spiel auf Deutsch ist. Kann sein, wie wenigstens sehe ich jetzt auch einen Namen am Kopf vor. Also wie diese Box mit Tape-Recorders, also wie sie suchen irgendwie. Du findest sie und Lenny besitzen... Ich habe mich wirklich gecheckt, was auf dem Z-Runs helfen soll, da vorne, also... Kann er sonst töten, was auch immer dahinter ist? Also das Rennen ist ja genau wie in Phasmu, keine Veränderung. Ein ganz kleiner Moment, ja? Ich muss mir kurz eine Batterie holen. Für meine PC-Maus, wie ich schalte. Ja, ja. Ich habe irgendwas eingesteckt. Ich tue das gerne, denke ich würde los. Aber es gab keine. Jetzt habe ich das Buch eingesteckt. Ups. Jetzt habe ich auch eingesteckt, das musst du ja wahrscheinlich auch einstecken. Und wie kann man das öffnen? Ich wollte letztens im Laden eine kaufen mit Kabel und nein, es gab nur Funkmäuse. Holen? Im letzten Stream, nach dem letzten Stream nämlich, ist mir das Rädchen kaputt gegangen. Dammit. Und dieses Rädchen ist halt... Hast du den Titel schon geändert beim Super-Stream? Nein? Nee, muss schon machen. Think for the information? Ich muss jetzt mal hören. Gehen wir mal da. In hier irgendwie. Die früherensten Command hier überhaupt hast. Hier sind jetzt die coolen Kids hier, oder was? Oh, du bist ja voll ein fertiger Typ. Wie sehe ich denn aus? Werdig. Warte, ich stelle mich mal auf diese... Ich bin auch genau derselbe Typ wie du. Langweilig. Na, toll. Du musst das Buch ja einsammeln, hast du Gott? Ich wollte cool sein. Ich buche einsammeln, wieso? Mit E und F. Kannst du eine Buchstaben über das Game geschrieben werden? Auf jeden Fall, warte, ich kann mal Kategorie mal kurz gucken. Was gibt's jetzt hier? Labyrinth. Labyrinth. Heißt das Labyrinthine? Oder wie wird das? Ja, ja, Labyrinthine irgendwie so. Genau, Labyrinthine. Labyrinthine. Ganz komischer Name. Wir machen sowas. Labyrinthine. 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 Demo machen wir, ne? Ja. Ja. Wir haben keine 890 übrig mehr. Wir sind alt. Äh, wir sind alt. Wir sind nass. Wir sind arm. Altarm, fast das gleiche alles. Das spürst du als cool sein? Ich kann meine Füße sehen. Ich? Ich auch. Gold. Das ist ein Lady Nerflams am Tor. Okay, müsste es auch glaube ich jetzt an. Ja. So. So. Ah komm, wir gehen jetzt einfach mal. Du guck mal. So, ihr geht vor. Ich hab keinen Bock. Ich geh vor. Mal gucken. Ach, warum soll ich vorgehen? Ihr seid ja die Angsthasen. Also, vorder. Ne, zieht gleich ne Hand durch den Busch versteckt und dann schrei ich. Ich halt euch den Rücken frei einfach. Ich hoffe, den letzten frisst das einfach. Und die Mittleren haben ne gute Chance. Oh, bei mir hat's mal geleckt. Oh mein Gott. Oh Gott, bei mir auch. Ich muss wahrscheinlich erstmal die Jumpscare-Szene aktualisieren. Junge, schub dich nicht. Geh vor. Oh, oh. Oh, jetzt sind die beiden schon neu. Müssen wir irgendwas töten oder sonst noch nicht? Made in Germany. Guck mal, wo? Keine Ahnung, wir gucken jetzt einfach. Hier ist eine Zange, die kannst du mitnehmen, glaube ich. Genau. you cannot play tapes ich hab dem tape player genommen ist eine taschenlampe gold nehme ich mit press 1 für taschenlampe ich muss 1 drücken und 2 für items war es glaube ich das bereich mir steht hier dran was cool ist Guck mal, da gibt's so Kommentare ab unten unter dem. Hier, der Experte geht vor. Hat sie mich? Ja, natürlich. Wer will denn sonst? Ja, da kommen irgendwie Leute mit Kettensägen auch, das ist richtig klingt. Was? Oh mein Gott, du gehst vor. Da muss ich jetzt vorgehen, los. Ja, aber hinter der Letzte wird noch mal gebissen, ne? Ist egal. Ich steh drauf. Muss man da irgendwie weggehen oder ausweichen? Keine Ahnung, versteh ich halt auch nicht. Wir müssen halt durchs Labyrinth kommen, das ist irgendwann unser Ziel. Wenn wir den falschen Weg gehen, dann... Ja, da ist doch das Hühnchen gewesen. Müssen wir nicht ein Hühnchen vorgehen? Oh, da ist es wieder. Oh mein Gott. Ich bin da. 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 Da ist ein Fiener. Einbildung. Ja, das ist bestimmt eine Einbildung. Wie bei der, bei der, die Hexe sah das aus. Oh Gott. Du läufst gerade hinterher, oder was? Ja, wir laufen da genau hinterher. oh mein gott das hat schon wieder geleckt gerade mutter meiergottes diese lampe das ist ja ich finde ich der letzte sein wir sind die angestellten da steht es da oben hinter irkommend oder was ist ich angestellter ob jeder weg führt weiter kann das sein keine ahnung wir folgen einfach nur fällig da geht es nicht mehr umdrängen also dead end ja okay gut ist nach rechts nach links also bis jetzt schreibe ich noch nicht ich bin ja auch vorne ich erinnere dich weinen dass wir uns im gesicht bringen aber das ist auch dead end oder was ach da war was wo war was keine ahnung wir haben heute noch mal so angst zu machen ah schon wieder und die geht es euch so an diesem da ist die ist die hack die ihr euch habt auch gesehen ja ne die ist genau oh mein gott warum rennen wir denn nicht mehr ist das so schlau take a break was steht denn da whoever is running around in the dark it's creepy horrible we just don't do that thanks und was sagt uns das dass hier jemand im dunklen herum rennt und leute erschreckt und dass derjenige damit aufhören soll finde ich auch hat mich doch mit der knackst du wir machen so einen wald wir machen so einen wald überhaupt also solange es nur so ein vieh ist ja putz sie auf die geister oh boah ich krieg immer zuerst nen jumpscare aber irgendwas gehört gerade wirklich voll geil die taschenlampe kann man auch schnell wieder reinstecken ich hab auch was gehört guck mal hinter der ich bin hier ist nix hier ist irgendwas hier ist irgendwas es ist auch dunkel checkpoint oh hier ist irgendein watch interakt pass to recycle between items in the left hand aber ich hab den kompass freunde ihr auch oder? ihr müsst den hier auch und was liegt da? knick dich her knick dich her hm müssen wir nach dem norden in den kompass das weiß keiner so genau ich geb an das hinterher oder? oder sind wir von hier gekommen? und ich bin nicht wichtig doch ich bin nicht wichtig du musst halt nach hinten gucken du bist auch wichtig schluck bitte was? hier lebt ja der zettel lebt ah hier lebt der zettel ey knoll was du heute unter dem ach so der ist hier einfach reingegangen obwohl er gesagt wurde das ist der meinte der aus ja pass das ist über der kettensäge drauf echt blöcke mich nicht ach jetzt wollte ich nicht hervorgehen ja so der wurde sie denn hier geopfert hier werde ich sagen wir zu draufstehen da passiert dann irgendwas der vinci code geil oh god rätselöser ich muss mit ES ah da wird was anders da ist die bei nemais der links geht's weiter glaube ich ähm man kann das hier glaube ich drehen später bleib bitte stehen sagt wenn ihr losgeht ich bin nicht dran gebrannt ja hier links fahrer komm wir müssen zu irgendeiner startruhe stand da oh da ist wieder die heck die heck die heck ja die heck ist überall spoiler wenn er auf dem einfach der alten nach das stimmt schon sie läuft wahrscheinlich so lange bis sie ins Gesicht springt ja ja mir springt sie ins Gesicht ihr springt sie nicht ins Gesicht ich zieh sie hinten in den Buschern richtig ja dich zieh sie an den Füßen weg hakt hakt sie die Schreie die hake ich mir auf was ist das Schreie das ist der Wind joo da sterben keine Kinder das ist der Wind ja da sterben keine Kinder das ist der Wind ja kaum hab ich Kinder gesagt das war auch der Wind was ist das das war auch der Wind hey was macht der denn da irgendwo ist angerollt gekommen achso angerollt ein Kind ein Kind kam angerollt achso das ist das Ding von Zor ne cool der Dreirat von Zor da ist wieder das Vieh gewesen kannst du irgendwas überhaupt töten ich hoffe nicht wann kommt es denn endlich dieses Vieh hey du die wollen sterben hallo oh Gott jetzt fallen nichts hat böse gemeint das definitiv bloß so ein adult male ist das ist das der richtige Weg überhaupt ja ja ist das ja 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 klar das ist der richtige Weg hier ist die Kerze wie du mich lockierst du Arsch ich hab ein Knochen gefunden oh ist hinter euch stehen was ist denn da oder ist das Ding äh kassette ist das piej kassette ich hab den Knochen gefunden ja oh ein bisschen hinter euch stehen Also da die ziemlich viel geschranken haben bei YouTube, ne, gibt's noch eigentlich. Hey, yo, Mr. Slenderman. Die Frage ist halt, ob man hier sterben kann. Hier ist ne Häuschen, da geh ich mal rein. Komm, ab und raus. Grüezi. Das hat sich grad kurz gemeint. Na ja, schmuse gegangen wird am Anfang. Das ist ein neuer Clou. Oh, jemand ist im Keller. Interessant. Da ist jemand? Cool. Da ist man ziemlich. Keine Ahnung, schon lange ist man da unten. Ein Mechanismus. Ein Mechanismus. Ein Mechanismus. Das ist. Komm, wir gehen einfach mal weiter. Ja, das ist gut. Oh, hier steht was. Drei Statuen. Drei Statuen. Mit einem Krippchen-Code. Die sind nicht die besten. Was denn da ist? Hab ich nicht mehr gelesen. Oh Gott, wir werden uns verlaufen hier drinnen. Das ist jetzt schon unser Ende hier. Was steht denn da? Ich kann's nicht richtig drehen. Oh, du bist noch nicht weg. Okay. Läs du mal den Zettel. Hey, bist du da in den gerammt, Ben? Ben, wo bist du? Komm zurück. Ach, das war. Wir haben noch einen Zettel da gelesen. Was ist mit dir? Ich hab so einen Zettel verpasst. Oh, ich hab da drauf. Keine Ahnung, ich hab Angst. Wo lang? Äh, links. Ja, ich glaub gerade, außer es ist schlecht. Da kommen irgendwelche Geräusche her. Ja. Creepy. Geh mal ins Licht. Ja. Kannst du jetzt? Du müsstest jetzt also drei Statuen suchen erstmal, okay? Ich wusste, dass es kaputt geht. Ich hab schon gehört. Ich bin drastend zusammengezaugt. Ich weiß von nichts. Oh, ah, guck mal hier. 23. Was ist das denn? Ach so. Hä? Hä? Tic-Tac-Tur oder was? Ich kann das mit rauflaufen aktivieren. Ich kann das mit rauflaufen aktivieren. Ich kann das mit rauflaufen aktivieren. Ja, aber in welcher Reihenfolge, das wissen wir ja noch nicht. Doch, einfach drüber rein. Ah, hier ist ein Zettel. Hier ist ein Zettel. Hier ist ein Zettel, Mensch. Kinder. Warum bewegt sich die Statue? Ey, wir sollen zu der doch nach Clues gucken, Shutter. Ach so, das ist eine der Statuen. Wir müssen die alle ableiten. Ah, wir müssen glaube ich unsere Feuersticks dann. Ach so, ne. Wie sollen sie alle... Ach, die müssen alle leuchten, wenn man meint. Bisschen alle leuchten, ja. Ja. Ach, wir müssen uns jeder auf einen draufstellen wahrscheinlich. Wir müssen vielleicht mal die Symbole angucken. Vielleicht müssen wir die hier nacheinander machen, ob der ist gut. Start wo. Juhu! Willst du wissen, welches Symbol wo ist? Einfach mal überall so weit, halt drüber rennen hier und so. Ah, toll. Wie gesagt, alle leuchten. Füllt's einfach. Ich würd am liebsten, dass ich die ganze Zeit machen würde. Ja, es leuchten nicht alle. Ja, es leuchten nicht alle. Ja, es leuchten nicht alle. Ich stelle mich jeder auf eine Ecke und wir dadchen einfach so hin und her. Was passiert der dann? Okay, ich bin aber in der Leiter. In diesen Symbole hier auch. Ey, da bewegt sich das hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es guckt mich an. Ja, was passiert. Ja, es ist voll hier. Sehr froh, dass ich... Ah, hier geht's ja weiter. Okay. Ja, da geht's weiter. Ja. Was steht denn da nochmal jetzt da hinten? Steht, das müssen alle leuchten. Wir haben doch hier einen Kompass, Leute. Der dreht sich doch hier, wenn wir hier irgendwas aktivieren. Aber ich seh doch nichts. Kannst du ihn erkennen? Ja, das mit dem Kompass ist auch Quatsch irgendwie. Ja, aber meint, ich hab mich nur gedreht, deswegen hat sich der Kompass gedreht. Warte mal Kinder, was müssen wir hier machen. Äh, ist doch irgendwie so eine Richtung, dass... Ihr müsst euch alle in die Mitte stellen, dann lauft mir jeder eine Richtung. Also geradeaus. Das ist ne Idee. Jetzt so. Warte, hat's funktioniert. So hab ich das Zeichen interpretiert. So hab ich das Zeichen interpretiert. So hab ich das Zeichen interpretiert. Oh, jetzt müssen wir doch das hinten dann machen. Ja, aber das, äh, geht bestimmt nicht. Hä? Immer da runter. Genau. Jetzt fehlt das in der Ecke. Ja, einer muss... Wir müssen bestimmt drauf stehen. Ja, okay. Also wir... Wir müssen bestimmt nicht drauf stehen bleiben, weil man kann das ja auch als Solo-Spieler spielen. Ja, das ist so ein Ding. Stell dich auf eins, welche werden aktiviert, andere werden gelöscht. Das ist so ein Ding. Muss man sich auch noch merken. Wenn man sich hier mitten drauf stellt, geht das hier... geht das und das hier... Hä? 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 Wollen wir einfach mal weiterlaufen? Vielleicht brauchen wir das. Ich sag, wir brauchen das. Das wird uns ein Vorteil sein. Ja, das stand auf jeden Fall da, ne? Sagen wir's mal so. Wie stand der da? Oh Gott, dafür bin ich so ungeduldig. Oh Gott, dafür bin ich so ungeduldig. Oh Gott, dafür bin ich so ungeduldig. Wir brauchen das. Wir brauchen das schlechte. Das muss doch irgendwie funktionieren oder nicht? Er wird drüber rennen, irgendwann haben wir den Code. Das ist der Plan jetzt erstmal. Zickzack, nochmal hier im Kreis einmal. So, jetzt. Und geht. Wir müssen auch fast alle zum Leuchten bringen und dann müssen wir uns auf eins drauf stellen und gucken, was passiert. Ja, das macht keinen Sinn. Wir müssen uns vielleicht alle ausmachen und dann gucken. Gerade war alles aus, außer eins. Gut, dann machen wir jetzt erstmal alles aus. Aber so geht voll viele an, wenn du dich nicht mitgestellst. Ich bin mal ganz kurz weg. Zwei Sekunden. Zwei Mal. Wer ist Perkett, ich- 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 ich kann das, glaub ich. Damit gehen zwei an, okay, gut. Damit geht die Mitte an. Mit der Mitte an. ich bin ja da habt es raus ich bin dabei nicht bewegen nicht bewegen dann macht was für uns ich veroberste die situation ist alles andere ich bin kluge bist einfach ich müsste ja nicht den wir eingeben müssen wurde eigentlich gesagt das ist wieder weitergehen wo sind wir denn gekommen kommt ja wir gehen es da weiter hier da wo ja noch irgendwas kann man auch ein geräusch oder so ne ich will mal kurz was gucken einmal was aufgeploppt hier ne das hat so angestet wäre ein fach irgendwie geöffnet worden den kopf abnehmen vielleicht wenn wir weitergehen dass der irgendwo da liegt ich gehe allein im tiefen dunklen wald und mir ist total saukal ja für diese demos ist das voll groß ja irgendwie schon oder wir sind so blöd hey you mr slenderman hast du slenderman mal gespielt? klar dreimal viermal glaube ich schon ich suche kein einziges Wort einmal für twitch ganz früher auf youtube habe ich das gespielt und so nochmal ja drei viermal ja damals genau für pc habe ich das gespielt das war mein erstes let's play einer meiner ersten zurückgerannt aber wir sollten ja wir sollten ja hin kommen wegen dem code eingeben ach so habt ihr einen code bekommen? nö aber ich kann ja was eingeben jetzt aber wir haben keinen code bekommen ja das ist doch der code oder? mir raten e.o.s also das ist schon mal e o irgendwas ach so da ist der code drauf ja keine ahnung ich denke mal wir gehen erstmal weiter wieder ähm ich würde sagen wir gehen jetzt einmal zurück kurz und dann geradeaus sagen wo dieses komische geräusche kam einfach ja aber rennen das muss ja noch in einer anderen startform noch kommen da 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 reingelaufen busch hier Oh Gott, ich muss mal hinlegen. Schiebt die sich vor mich. Ich kann auch missen. Die hat sie immer in Gebissen. So, jetzt muss ich hier die Tafel kommen. Vor allem ist ja auch kein Code, ne? Steht angeblich, ich müsste auf der Statue stehen. Oh Gott, habt ihr das gerade gehört? Wo seid ihr? Geht nicht um mich. Da hat da was gekunzt. Ich geh mal kurz mit dem Knicklicht drüber einmal. Vielleicht ist das so eine Schwarzlichtfarbe, keine Ahnung. Mach mal. Mit zwei müsstest du das ausrüsten können. Hier. Ach so, da ist ne Scheiße. Und die Tasche haben wir aus. Mit eins. So, warte. Und passiert irgendwas? Nö, ne? Toll. Das ist die Idee, hab ich mir gedacht. Oh, toll. Okay, gut, dann gehen wir weiter. Oh, ich glaub, hier war das noch nicht. Doch, hier war das, ne? Geradeaus. Ja, hier. Mhm. Ja, jetzt, keine Ahnung. Wollen wir da jetzt lang wieder oder geradeaus? Ja, ja, genau. Geradeaus. Gut. Es sind bloß Wälder hier. Sollen wir nicht in unsere alten Formationen laufen? Das war mir sicher. Hm. Hier ist ne Statue wieder. Und da vorne solche Dinge. Da steht was. Oh, blöder Geiste. Ja. X, E, S. Oh, das, das kann ich schon mal lesen. Das kann ich schon mal lesen. Das kann ich schon mal lesen. Irgendwisschen zurück, oder? Ja, dann gehen wir zurück jetzt. Dann biegen wir jetzt rechts ab. Der Geist, Alter. Den potzt er hier irgendwie. Ich hab's nicht mal gesehen. Ich hab's daraus gehört. So. Geht's hier lang? Irgendwo konnten wir jetzt abbiegen. Ja, genau, reicht. Genau, geh mal da rein. Was? Hab. Trau dich. Der Peppi steht, ja? Na, ich komm, ja. Ja, ich komm, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist der Typ mit der Kettensägel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo müssen wir hin? Keine Ahnung. Ich hab's hinter uns. Das ist keine Kettensägel. Äh? Äh, sind wir tot? Jetzt sind wir alle tot, wenn er hier hat. Habe ich nicht irgendwas gefressen? Nee, ich leb wieder. Wieso lebst du jetzt? Ja, da ist der Typ bei mir. Achso, ich bin auch hier. Hi. Hi, ich bin auch hier. Hey, ist das eigentlich wieder gegessen? Ich zeig's nicht. Okay, ich bin mit Sven jetzt in der Hütte wieder. 10 Checkpointe. Was hat uns da gefressen? Aber uns hat der Typ in der Gänse nicht gefressen. Das war irgendein Dämon, ich hab's gesehen. Ja. Ja, aber nicht so. Ich weiß nicht, ich hinge... Ja, jetzt wurden sie auch gefressen. Ich... das war die ganze Zeit in der Backen, das war die ganze Zeit in der Schwarze Bild bei mir. Ich hätte nochmal wegrennen können, aber ich dachte, ich wäre schon tot. Was war denn das für ein Vieh? Das war ja eklig. Ah, okay. Okay. Wie nehmt ihr eigentlich was anderes, außer... außer den Kompass? Ah, ich hab's... Mit zwei kannst du durchtauschen. Hä, wie kommen wir an dem Vieh vorbei? Wir müssen da doch lang, oder nicht? Ja, ich würd sagen, einer opfert sich hin. Wenn ich der Held bin, geh ich vor. So, den einen Code hab ich nur mal notiert. Ich seh, also... Ey, der kommt doch jetzt wieder an der Statue vorbei, da können wir das schon mal reinschreiben. Vielleicht müssen wir an dem sterben? Weil... wir konnten ja nicht wegrennen. Oh, der war ja geradeaus, ne? Ich will mal kurz gucken, ne? Ach, hier ist auch ne Statue. Ja, hier waren wir noch gar nicht, ne, bei der Statue? Doch, hier war grad der Typ. Woher lange ist? Ja, jetzt jedenfalls nicht. Wurde, wenn wir hier waren. Blablablabla. Gott. Ich seh nix. Ich seh bloß Wald hier. Meine Güte. Meine Güte. Wer fand's hier so viele Bäume überhaupt hier? Wer macht das? Der wird hinter, halt. Oh, da ist er wieder. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Er ist viel zu schnell, ist er. Aufteilen können wir uns auch nicht. Hat er schon einen? Hat er schon einen? Seid ihr hinter mir? Okay, er ist an mir vorbeigelaufen. Goil. Tschüss. Geil. Boah, mein Leben. Jetzt sind wir so verschwacken. Die ganze Zeit hinter mir? Ich glaube. Hat er einen von euch? Er ist durch mich durchgelaufen einfach. Was? Vielleicht wissen du. Deswegen... Ich suche den... Guck mal. Ich bin wieder bei der Hütte. Auf der Suche nach dem... Ich bin ja voll im Kreis gerade. Glaube ich auch. Hier ist was. Hier ist was, ah. Ich warte hier. Jemand muss mich abholen. Ich hab Angst. Das ist die Eignation. Das ist ja nicht immer gruselig. Aber das hab ich dann packt auf einmal. Das war creepy. Der nächste heißt Ino. I-N-O. Hab ich gescreenshottet. So. Könnt ihr mich abholen? Ich bin allein. Ich weiß nicht, ob ich schlimm muss, Leute. Ich bin irgendwo... Im fucking irgendwo. Du kannst generell da bleiben erstmal. Und wenn er mich hat, dann sind wir automatisch da. Ich warte einfach auf euch. Doch, warte. Das ist doch nicht mehr für euch. Bleib stehen. Da war gerade jemand. Ja. Wie denn? Achso. Hi. Ben. Hi. Mensch. Mensch. Gertrud. Wie schön in der Hütte. Bei der creepy Musik. Ohmgern. 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 Ich bin umgekehrt einfach. Er ist durch mit durchgegangen und ich bin umgekehrt. Ich bin umgekehrt. Nee, kommt der von da oder von da? Ich bin nicht erschrocken, weil es mir vorhin war. Ich glaube, ich bin in ihn reingelaufen. Ich bin mir sicher, das Geräusch wurde auf einmal laut. Da kam ich ja gerade. Da kam ich gerade her. Das ist wirklich. Da kam ich ja her. Ich glaube, da kam ich ja vorhin. Der ist bestimmt schon weg. Hier ist noch eine Statue gewesen. Der muss ja hier irgendwie auch ein Code sein. Ich kämp' jetzt in der Hütte. Das haben wir zu viel. Ich sag's euch. Ich warte, bis sie gegessen werden. Das haben wir zu viel. Das wird bestimmt gleich irgendjemand von uns gegessen. Wenn er jetzt in die Hütte kommt, dann schreie ich immer noch alte Füße. Das ist nicht. Die Streamerin. Wir machen das gleiche. Letzter. Links oder rechts. Hier da, guck mal. Hier da, guck mal. Ich spiel nur Horrorspiele, wenn sie zusammen sind. Und sonstILLE đã bewege ich mich nicht mehr. Hier waren wir noch nicht. Doch, was sie hier ist. Das hätte ich nicht getan. Hier ist der Zettel. Die kamen wir her. Hier müsste die Hütte jetzt sein, gleich. Echt? Wenn wir jetzt hier weitergeben, müssen wir hier. Leute! Freunde! Also wir brauchen nur eine Statue, brauchen wir noch. Also wir brauchen nur eine Statue. Ja. Oder wir raten. Nee, wir müssen noch... Ja, wir... Wir können ja schon mal eingeben, was wir haben. Oder müssen wir die reinfragen? War denn der Code überhaupt? Ja, ich habe die gescreenshortet. Ich weiß nicht mehr, ob wir lang sind, ne? Ja, nachdem ich das immer zergessen habe, Blackout-Hilfe. Was hast du eigentlich für ein lustiges Loco auf dem T-Shirt? Was ist das von dem Park? Wir müssen doch hier lang, ne? Ey, wenn das Vieh kommt, kann bitte jemand von euch vorrennen. Ey, wir sind alle... Ah, hier soll einer wieder vorgehen. Der ist dir einfach hinterher gerannt. Ich habe, glaube ich, einen Weg gesplittet mit dir. Warum machst du das? Ja, ich muss nicht, wenn du lang rennst. Ich fahr nicht. Ich habe ihn... Das Ding ist, er hat mich nicht mal gesehen. Ich habe ihn nur grunzen, ne? Und ihr wart schon wie Eck, oder? Ich müsste ja gesehen haben. Was hat er mich denn gegessen? Äh, warte, 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 warte. Ich glaube... Ey, da waren wir noch gar nicht, oder? Hier? Doch, das war doch die... Das ist ja voll... Hier ist der letzte Code. War eigentlich ein Typ in der Kettensäge, in dem... Oder war das der? Ja, aber es gibt ja auch mehrere, ne? Bestimmt halt. Äh, soweit Mission. Gut, äh, wo seid ihr? Umkehren. Vor geht mir. Vor geht mir. Vor geht mir. Ich bin jetzt der Wanderer, ich will nicht gegessen werden, danke. Hier sind Bäume, da sind sie. Ah, stopp. Stopp. Hier haben wir Folge. Oh mein Gott. Verdammt. Er hat weg. Ja, wo bin ich? Toll. Äh, ich bin schlechter Führer. Kann einer schon mal dahin gehen? Ich bin gleich da. Die, die noch leben, geradeaus weiter und dann einfach da. Den Weg einfach folgen. Ist er weg? Dann mal hinlaufen. Er ist weg. Der ist hier noch nicht weg. Er kommt zu euch. Oh, kommt der zu uns? Schön. Ich bin irgendwo umfuscht und krieg auch mich nicht mehr aus. Same. Komm mal zu dem Ding zurück, Vanessa. Der war genau vor mir ist das denn. Hast du nicht gesehen? Nein, er ist weg. Ich will mich schreien hören. Ich habe mich schon wieder gefressen, Alter. Er ist genau da stehen geblieben. Er ist da noch. Was sollen wir denn da machen? Warum? Ich habe meine Tasche da, aber es merkt mich in den Busch. Aber wenn ich ja eigentlich jetzt hier zurückgehe, ich gehe mal den Weg zurück hier noch. Vanessa, bleib bei mir. Ist er da noch? Ja. Ja, wahrscheinlich. Hä? Der kommt doch vor, bitte. Ähm, der Weg ist weg, ne? Äh, ich bin falsch umgelaufen. Du musst sagen. Äh, wenn ihr bei der Hütte seid, kann man nicht mehr zurücklaufen, ne? Warum? Äh, der Weg ist weg. Ich habe gedacht, ich kann gerade bei der Hütte durch den anderen Ausgang gehen. Der Wasser, ja. Geradeaus, weiter. Da ist er liegt. Was? Ja. Ah, gut. Ja, ja. Lasst euch nicht fressen und so weiter. Geradeaus. Hier müsste nämlich gleich... Er war genau vor mir. ...das SfW-Witzel kommen. Und ich bin einfach in den Busch gesprungen, dadurch hat er mich nicht bekommen. Ihr müsst einfach dann ins Gebüsch hüpfen. Da ist alles dunkel, das ist richtig wütend. Machst du denn auch die Taschenlampe aus? Oder wie machst du das? Nein, einfach in den Busch. Einfach nach links oder rechts reingehen. Dadurch hat er mich nicht geholt. Du, 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 du. Das war doch auch sein, dass daran lag, dass er erst Ben gefressen hat. Zum zweiten Mal. Ne, zum dritten Mal schon. Der Reuler. Ey, ich stand letztens auch im Busch, deswegen hat er nämlich nicht gegessen. Und ich dachte, mein Spiel ist verbuggt. Ich bin einfach nur nicht aus dem Busch gekommen. Das kann auch sein. Ich war richtig verwirrt. Mein Game ist verbuggt. Ich dachte nämlich, er wurde schon gegessen. Das ist doch richtig wütend. So, wir sind da. Geil. So. Äh, das erste ist ein E, ne? Ja, haben wir. Dann, Heimer auf E. Druck Heimer. Das erste ist ein E. Es war doch schon ein E. Dann, um... Oh Gott. Dann ein... Du stellst nochmal oben, macht einfach das andere. Das zweite ist was? Ich mach's. Also erstmal ein E. Das zweite ist ein... Dann ein Kuh wie Quale. Dann ein Kudo. Ich mach das vierte. Das nächste ist jetzt eine Frage. Das nächste ist jetzt eine Frage. Das letzte ist ja ein S eigentlich. Mach mal das letzte ein S. Ah ja, stimmt. Dann kommt davor ein E. Ist schon. Ach nee, ist B. Sorry. Dann kommt davor ein X. Und nach dem... Dann kommt ein O. Ein N. Und ein I-Zuschluss. Ein I. Dann soll das funktionieren. Scheiße. Leuchten haben wir jetzt drauf. Aber wir haben's schon. Was ist das? Ja, hier, die Tür rechts ist aufgegangen. Ach, cool. Ist da jetzt noch ein Labyrinth? Keine Ahnung. Das ist immer noch ein Labyrinth. Das ist schon viel... Das ist viel zum Speichern in der Hütte. Ach nee. Oder? Safe Point. Safe Point. Ist das so ein Safe Point? Weiß ich nicht. Denk mal schon. Ja. Keine Ahnung. Hier kommen wir hin... Jetzt kommt das nächste Monster. Wetten? Das ist bloß ne Demo. Die kann nicht so lang gehen. Ja, glaub ich auch nicht. Die geht zumindest jetzt schon ziemlich lang. Irgendwie wenn wir alle drei unter dem Licht stehen, dann macht's bling. Also hier ist zu die Tür. Deswegen gehen wir da lang. Weil ich dachte vorhin irgendwie, dass das nicht so ne halbe Stunde oder so einnimmt. Ich bin ja jetzt schon seit drei, vier Stunden. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, was ist das denn? In den Busch. In den Busch. Nein, es hat mich trotzdem gefressen. Es hat mich. Ich bin im Busch gewesen. Ich auch. Warum hat das vorhin nicht funktioniert? Ach, das war jetzt zum Ende der Demo-Beinsatz. Ach so, das ist das End of the Demo. Du musst dich essen lassen. Ach so. Nee. Doch. Du musst dich essen lassen. Das ist das Ende. Oh, ich hasse mein Leben. Ja, das ist das Ende. Free pasta. Das ist richtig laut. Ja, das war richtig cool. Au. Eigentlich ist das ganz cool, das Game. Es ist nicht zu gruselig, aber es ist halt laut, ja. Ja, das habe ich vorhin runter gemacht schon. Den Ton. Ich werde mal kurz was gucken. Einmal. Was kostet das denn bei Kingweed eigentlich? Das war ein Kingweed. Ja, ich kaufe nur bei Kingweed. Ja. Das sind die Besten der Besten. Das ist der Besten. Der Besten, die Besten. Und da 안